Freitag, 6. November. Sie sind geistig wendig und sehr kommunikativ. Ihre Vielseitigkeit ist gut, da es heute energetisch meist etwas unruhig läuft. Kleine Störungen und etwas Wirbel sind zu erwarten. Sie sind aber äußerst diszipliniert und offen und Konzentration hilft Ihnen, im heutigen Trubel nicht Ihre mentale Kraft zu verlieren. Detailarbeiten gehen heute am besten von der Hand. Galle und Leber sind empfindlich, essen Sie daher nicht so fett, besser viel Grünes. Grün baut auch das vegetative Nervensystem auf, daher ist es sehr wichtig, hinaus ins Grüne zu gehen.